Das hast du von mir geerbt. Was? Das Rauchen. Leider. Du siehst müde aus. Kennst du das eigentlich? Wenn man das Gefühl hat, neben sich zu stehen. Du arbeitest zu viel. Da fällt man manchmal in ein Loch. Aber das geht vorbei. Wer ist das? Das hast du von mir geerbt. Was? 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 Was?